Wir sind Geeks live in Latsbosch und wir sind in der Heimat. Wir sind im Mof. Ich bin da schon seit 20 Jahren. Ich war selbst in der Kipp. Mof. Wir haben seit 20 Jahren Musik. Ja, ich war seit 20 Jahren. Wie warst du da? Ja, ich bin da angefangen. Das war seit 2 Jahren. 3 Jahren. Wir sind meistens auf der Rundin. Wie war Ihr Erfahrung mit Nass Nase und Thierry? Wir haben die Zeit auch angefangen, Musik zu machen. Genauso wie Nass Nase. Erstens, wir konnten die Zeit gut gehen. Wenn wir die Zeit gut gehen, dann kann es ein bisschen anfangen. Bei anderen weiß ich, was das immer schön. In der 30-jährigen Zeit selbst muss ich mich noch nicht anmerken. Für mich ist das Lutsenburg. Lassen wir uns noch einmal für mich, die ich die Zeit gut präsentiert habe, für Lutsenburg. Wir haben hier noch ein paar Jahre lang, wo wir Musik in die Zeit haben. In dieser Zeit als Rockband, das war nichts mehr da. Was sind die Parteien. Das war mir gefallen von dieser Zeit. Es war nur noch zehn Mal, wenn wir noch zehn Gramm in den Punt oder ein Kilo haben. Wir haben uns selbst auch gespielt, nur vom Nass-Nass und wir haben auch plötzlich mitgemacht. Das ist auch da. Ja, das hat schon gehen können. Hören wir auf, wie geht der Herr Mosek selber beschreiben? Wir versuchen einfach ein bisschen an den Punt oder die Gitarren oder die Berne oder eine Idee oder ein bisschen. Und dann ist es normalerweise immer so ein oder andere Text, die nicht so ein Idee hat oder wie man es will machen in diesem Leben. Ich habe eine Kritik. Ich habe mich immer wieder in der Schule. Ich habe mich nicht mehr als ich die Texte. Das ist ein Witzig. Aber wenn ich das Wicke finde, dann kann ich nicht mehr in die Zeit sein. Das kann ich nicht mehr in die Zeit sein. Okay. Annalida? Oh, du kiep mit Fanz, ich möchte ein paar Worte machen. Wir sind langwierige Musiker, die viel prüfen und immer weisen, spielen und machen. Ich muss immer sagen, das ist so wie Tollbrand oder Scheißfeld. Ich muss immer ein Stückchen geben, wenn man nicht etwas Neues machen will. Wenn man auch schon lange dabei ist, dann wird es schwer, etwas Neues zu machen. Ja, wir müssen es noch nicht machen, wenn man das Neues macht, dann wird es noch alles machen. Ich schätze manchmal als Mof, die schon lange dabei ist, dann wird es noch dabei sein. Ich sehe sie noch nicht mehr dabei. Ich sage, das ist die einzige Orginelle Musiker, die alles zu verstehen. Ich gebe es nicht so einfach... Ja, das ist nicht so einfach. Ich meine, da können wir drüber gehen. Oder kennst du einen anderen? Ich kenne Polo Bands, Lost in Pain zum Beispiel, kennst du nicht? Ja, Lost in Pain, die ist nicht normal, aber nicht so, weil man schon 20 Jahre alt ist. 20-Jahr-Bands, also selten, dass ich generell... Kein Junge noch, ganz gut. Ganz gut. Da finden wir alle lutzemische Musiker, alle Gute gut. Ich meine, das ist ein bisschen Pusche, weil das jetzt nicht mehr machen. Die Jungen müssen erst am Lacht treiben. Aber ich meine, dass wir viel prozentual haben, kulturell, musikalisch. Und ganz viele Hunden. Ich muss zuerst gucken, dass wir... Ich meine, das ist ein Moment, wo ich in Litzemburg viel kann. Das kann viel, das kann immer mehr. Manche Leute, wie der oder wie andere, die da ein bisschen noch helfen, in Antifglichkeit zu bringen, auf dem Internet, da tun wir alles. Mädchen, tausend Mädchen, für die Jungen in Antifglichkeit zu bringen, und dann machen wir das. Manche Leute, das ist ganz gut. Manche Leute, das machen wir immer. Aber so lange Zeit. Manche Leute, die sind noch nicht mehr. Manche Leute, die sind noch nicht mehr. Manche Leute, das ist auch weiter. Manche Leute, das ist ja auch weiter. Manche Leute, das ist ja auch wieder. Manche Leute, das ist ja auch wieder. Okay, so, dann haben wir trotzdem vielmals. Vielen Dank, weil Leute, ihr müsst euch wollen, wie können sie das machen? MoF. MoF, M-O-F, auf Internet. MoF, MoF, Facebook, MoF, Twitter, MoF, Twitter, MoF, Twitter, überall. Und auf Wikipedia bis ... Ich weiß nicht, wo ich noch ein paar Zeit sage. Wenn du noch Downloads für Fischung bist, kannst du da reinflöten, die neunisch kannst du da, kannst du da reinflöten. Wo du Leute einen kleinen ... keinen Cardo kann machen, kannst du da reinflöten. Okay, das ist ein schönes Merci. Vielen Dank. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. .